Stellen Sie sich folgende, auf alten Zeiten, was haben zählte, war die Ressourcen während der Metallagge, die für die Ressourcen und Sicher Schmieden für das, was zu suchen, Waffen, Münzen geprägt, wurden ersetzt den Knochen und nicht geschmiedet Metalle inzwischen herausgefunden, dass man Münze das Gesicht der König oder der Abgesandte des Götter, was auch immer sie anrufen wollen. In fact die Erfinder von, weichen Kurven, wird niemals zulassen, etwa in Frage gestellt werden, die Herkunft der Dinge, aber vorstellen, dass die Folgen, Reserven, sie jetzt versucht, Gold neu erfinden, aber Gold, ist nur Gold ein Metall, mit einer einzigen Farbe, gut für Audio und einigen elektronischen Bauteilen, ist weder ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Aber Gold haben einige Geräte aber nicht essen, Gold ist nicht gut für die Verdauung, sondern Gold haben die wirtschaftliche Leben seit Jahrtausenden ausgeschlossen, weil schuf eine Deckung zwischen natürlichen Reserven, Produktion und Währung. Das Problem ist folgendes, sobald das Gold zu starten, um verloren eh es wichtig zu beginnen des XX Jahrhunderts, haben sie die Börse erfunden, die das erste, Unternehmen mit offenen Kapitalmärkten, die die Bürger führen zu fühlen partizipativen, in der wirtschaftlichen Weg, den die Nation erlassen, nachdem die Regierung beginnen, um Titel imitieren, wo die Garantie ist etwas, dass es nicht seine eigene, dass die Produktion in der Nation Land ist, das ist OK, strahlen die Regierung etwas in einer Zukunft nach dem Zweiten Weltkrieg, die Idee der Fonds erfunden wurde, haben sie Tausende von Personen, die einen gemeinsamen Fonds zuteilen, und auch für sicher, dass die Einsparungen, mit all diesem die Regierung schafft mehr Titeln, imitieren mehr Geld, aber es ist ein Problem, dass die Regierung niemals in der Nähe des Jahres 5x5, denn aus irgendeinem Grund der Wert des Geldes verschwinden, dieses Angebot und Nachfrage genannt wird, aber das ist illusorisch, verpflichtet den Mangel an Versorgung der Regierung zu importieren, und zu, wie die Regierung zu importieren, das ist interessant, nach Titeln der Regierung Geld schafft, sichert dieses Geld mit Zukunft, behält, übernimmt eine Schuld mit, es selbst, und starten sie den Import, was man vermisst, aber können weiterhin die Mittel, einige Mittel so groß auf der ganzen Welt sind, zum Beispiel, die nicht von den Investoren zur gleichen Zeit wiederhergestellt werden können, weil das Geld des Fonds nicht mehr vorhanden, die Bank verwendet in der Regel das Geld zu investieren, andere Unternehmen, mit den Einsparungen, die auch nicht gehört hat, um die Bank als Garantie über das Risiko einiger Investitionen, Um zu vermeiden, eine Fahrt zu den Banken, Rettung der Einsparungen, was die Regierungen verwendet, Information, Angst und Patriotismus, faste dies mit Ungleichheit, absichtlich Ineffizienz, und die Schätzung der Zeit, dass sie zu leben haben, Das heißt die Regierung Maschine, das Problem ist folgendes, sie wollen nicht wissen, ob sie das wissen, weil sie nicht wissen, mehr was zu tun ist, gibt es ein kleines Problem mit all diesen nun auf Informationszeitalter, Fernsehen wird sehr bald sterben, den Betrag auf dumme Personen, die eine Minute verbringen vor dem Fernseher werden sinken, ein Idiot Englisch ist keine Lösung, Es ist nicht eine Lösung, ein dummer den Rest ihres Lebens, nebenverdirbt, sie sind auch Kotzen, Feiglinge, Pussüs und Einbrecher, dies ist ihre Geschichte, sie wollen aus den Reserven von Gold, dass sie aus Amerika aus den letzten vier Kenturis, auch Afrika haben Stoled leben, und es ernst wird, sind sie dumm, Personen investieren jetzt auf Google sehr schwer zu beurteilen, Ob es wahr ist oder nicht, und es ist wahr, Dummeinbrecher geben nun eine Menge Geld zu Google, weil sie nicht zugeben, aber es ist die wahre, dumm korrupten Prostituiert-Nation, Sie haben nur wenige Wälder, und kam hier zu beste Chain-Bundesagenten auf Amazen, um Holz hinter den Kulissen zusammen Export mit Drogen, und das ist wahr, Dann kamen sie mit Eleganz seit nun ein Senator, das Sympathie seit dem Clown ist ein verdammter Idiot Arbeit als Clown im Fernsehen, Sie, was mehrere kleine Pakete von Frames markiert korrekt passiert schon mal zu Zeiten gesendet, so etwas ein Ding zu schaffen nannte, nicht wahr, was wir cool sind? Nein, ich weiß nicht, warum glaubst du, dass ich ihren Programmierer oder Taggar bewundern? Sie sind Englisch-Idioten-Leser von Boulevard-Zeitungen als jeder Idiot, das diese Flächen zu füllen. Solche Informationen sind nur ein viraler Test, bei dem einige Idioten Kommentar zu den Bildern, um sie Tag, wie Wirtschaft ist nur eine andere Form, um zu überprüfen, wie Idioten verschwinden ihre Zeit vor nutzlosen Dingen, anstatt zu folgen, was passiert auf dem Weltmarkt zu sehen, zu halten, sind sie als 3000 Jahre alt, dasselbe zu betrügen. Es ist einfach zu überprüfen der jüngeren Geschichte der englischen Präsenz in Afrika zum Beispiel, jede Nation sie zu hassen, sie Rassisten sind mehr als die Amerikaner, Amerikaner, Belgien ihnen, wie in Afrika sie, die Belgier lieben, ist Belgiermisch in Englisch und Französisch Prostituierte, das war Feigling, um das Land für Deutschland offen auf den zweiten Weltkrieg, dann sicher, wollen die, UN, der Hauptstadt der Schitt, der EU, das ist ein Funkling-Joke, Schweizer das gleiche, was sie haben, Informationen über alle Verbrecherinhalten welt, und sie nicht loslassen, ist nicht interessant, auch IBM as usual ist hinter dieser, ist nicht mehr interessant, also, was sie zu tun planen, darüber hinaus zu verstecken, weil sie hoffen, dass die Erhöhung der Komplexität des Grafen wird in eine gute Lösung zu erreichen, aber diese ist nicht wahr, und sie wissen, das Infizieren jeder Mathematiker weiß, dass es keine Kettenreaktion ist, ist alles Spekulation, ist die Globalisierung Spekulation, was zählt Reserven, Naturschutzgebiete, BTW, Wasser, Metalle, Öl, und für sicher, dass der Wald, der übrigens sind sie auf Europa Neubepflanzung mit dem Ziel, Teilkasko im Jahr 2030 erholen, Industrie zum Beispiel, die muss ein Bug, essen sie ein Solar Bug, also wer kauft das, jemand, der Interesse haben und möchte ihnen sagen, dass ein Fehler, mh, Spaß macht,